Hier ist doch schon wieder was aus dem Bereich der Architektur. Ikea baut bald auch bei uns Fertighäuser. Sie sind so konstruiert, dass die Regale keine Platz haben, um auseinanderzufallen. 180.000 Euro mit Grundstück. Da kann man nichts sagen, denn Lieferung und Aufbau sind auch mit drin. Außerdem kommt es auf die Lager an und die ist zwischen anderen Ikea-Häusern. Ich bin sicher, das wird ein toller Erfolg, denn das passt ja zur Ikea-Philosophie, dass man nicht mehr wohnt, sondern nur noch lebt. Morgen geht's weiter.